Das umdrehen, das macht mich schon fällig. Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Herota-Video. Herzlich willkommen zu FNAF Pizzeria Simulator. Der droht mir die ganze Zeit, seine Story zu erzählen, sehr Idiot. Candy, Candy, Candy. Oh mein Gott, 2000. Der triggert mich mit der Scheiße so hart. Ich glaub das gar nicht. Zähl doch einfach deine Scheiß-Story, du Idiot. Hab ich euch noch was übrig? Ne. Okay. Dann sind wir jetzt fertig für heute. Abschluss. Ich hoffe, wenn ich das jetzt so durchspiele, dass das keine Konsequenzen hat. Im Endeffekt, dass nicht irgendwie dann doch Objekte erscheinen. Aber wenn du alles selber das ablehnst und einfach so weiterspielst, geht das? Kann man das machen, ist die Frage. Das Spiel bin ich heute hier, um das herauszufinden. Meiner Güte. Wohin geht es gerade, wie das der Sound? Wir sind echt gerade ganz schön safe. Hast du eigentlich? Das kam auch gar nicht. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Auch Motivation. Scheiß Werbung, ey. Meine Güte. Wenn ich keine Werbung auf meinen Videos haben darf, dann dürft ihr auch keine Werbung hier haben. Sprich mein Machtwort. Nein, 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 nein. Das Umdrehen, das macht mich schon fertig. Oh, scheiße. Schau mal, die Fresse. Kann man da nicht nur noch. Verlassen mich nicht alle. Geh, wir sind mal auf safe. Wenn das mit dem easy mode gut klappt, dann halt. Aber ich höre auch nicht aus dem Wind, das heißt, wir sind eigentlich the real safe. Los, ich kann echt gar nicht. Na ja. Na mal in den Ofen, sauber. Wasserstand niedrig. Bitte nachfangen. Ich hab was gehört, aber ich ignoriere es. Wir haben es geschafft. Rops. Oh, das ist das Baby. Circus Baby, was willst du hier? Warte mal, die Dinger hängen in dem Office, ne? Ab in die Alley, ich hab keinen Bock auf dich. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Ich hab's geschafft, ey. GANTIRONSICH HEALTHER Heimstag. Ha, 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 ja, ja, ja. nur lawsuits freut mich das ist auch das ziel blut candy man alles an geld rein das könnte ich mir fast sogar leisten ich will mal sehen wie das dinge der pizzeria aus dieser ich will sehen wie das in meiner scheiß pizzeria steht ich will das nicht glauben dass so etwas in der pizzeria stehen soll das ist ein riesiges ding alte und es hat so ein miniatur dinge ich war ich verstehe einfach nicht es ist die ganze nach verloren ist mir viel zu kompliziert puppets da ist auch gut ich wüsste gar nicht warum ich den nicht nehmen sollte also den musikmann der kostet 19.000 kostet 32.000 von time warum sind die eine weile das ist doch comedy alter du kannst auf eine bühne stellen alle lachen sich kaputt ich will eine größere stage machen wir einen sellout streamer alter ich sag's dir das lässt dir wirklich den einzigen den ich mir nicht mal grad leisten kann alter ist das so traurig das glaubst du gar nicht ich will das space haben wir jetzt eigentlich auf der stage vier das heißt wir müssen wir wissen ich glaube ich kauf mal die anderen noch die habe ich nämlich noch gar nicht das wollte schon haben stage müsste theoretisch voll sein wird mittlerweile nicht lebendig ich sag's dir alter auft nicht ich hier jetzt geht mit ich Oh, fuck. Das war's für heute. Alter, ich speedrun, das scheiße zu sein, Alter. Ah, da war meine Ausfahrt. Ich habe meine Ausfahrt verpasst. Na ja, da sind wir nicht hier, wir sind hier für den Candyman today. Candy Cadetze, du Hurensohn. Witch. Candy. Candy ist ein bisschen, wie ziehen die dir immer auf? I don't believe so. Maybe I will tell you a story. Maybe I will tell you a story. Glaube ich doch wohl gar nicht, Alter, dass du mir eine Story erzählst. Bis dahin habe ich meine Pizze Julia vergrößert, was ich nicht machen werde aus Prinzip. Ich bin Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy. Candy. Candy ist not für den ja mal auf. Return to Candy Cadet again. Maybe I will tell you a story. Kann ich dabei auch verlieren? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Kann ich bei Candy Cadet verlieren? Frage in der Stunde. Cringe. Idiots. Cringe. Mach doch nicht sowas. Oh, cringe. Cringe. Und dann wird das Gassing-Game hier. 100. 500. 100. Geht besser. So, es ist der wenige Spieler, was kein Crossplay-Weight-Steam unterstützt. Candies. Candy. Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story. oh yeah. oh yeah. oh yeah. oh oh yeah. oh oh my. oh yeah. oh my goodness. oh my goodness. oh my goodness. I am candy Cadet. Das wiederum. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Woher kommt das Rauschen? Einmal. Einmal, dass die ganze Zeit mein Audio Crap, oder? ich glaube das liegt eher so cringe an diesem ding das liegt daran also an mir liegt es jetzt nicht so dass ich glaube ich ja meinem scheiß handy an dem lautsprecher der lautsprecher ist nicht so gut weißt also müssen raus drin weil ich hier kann eigentlich jetzt nicht sein okay candy 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 ist nicht nur maybe i will tell you a story okay candy 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 ist nicht nur so macht man geld in diesem game so also kriege ich dann auch immer größeren fastscore und neuer fastscore bringt mehr geld logik 10 von wie viel weiß ich nicht ich habe noch zwei playtokens so lange muss man das jetzt so aushalten candy 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 ist so einfach dieses game aber ich verliere trotzdem ich frage überhaupt kann man da überhaupt verlieren ich weiß es gar nicht ich bin sehr schlau nicht so bonus revenue wir haben noch einen einzigen playtoken den werden wir jetzt noch verbrauchen weil du kriegst jedes 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 jede schicht und noch neu get ready tausend oh dann ja 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 Sechstausend Euro! Oh meine Güte, meine Güte! Was ist heute los? Du musst noch hier Sponsorship... Ach, hab ich schon. Naja, finischen wir mal. Wir sind fertig heute. Aber interessant, Alter. Secret gefunden. Schreibe ich groß in den Titel. Ist jetzt hier der Mörder unterwegs? Ne, ist ganz, ganz chillig hier. Hier habe ich erstmal eine Ruhe. Es ist Entspannung. Ruhe. So, vielleicht schreckt das schon mal, dieser hässliche Monster ab. Ich meine, die schönen Animals schon nix. Und Chica ist männlich. Na, schicke ich irgendwie nur dann nicht, oder was, oder wie, oder wer, oder was, oder wie, oder wer, oder was, oder wie. Kannst du mich fressen halten. Mich nervt mein eigener Stream schon jetzt. So, Task, boom, damn. Ich kriege hier keine einzige Aufgabe fertig. Ich erinnere mich irgendwie an irgendetwas. Vielleicht an meinen YouTube-Kanal. Ja, meine Witze sind nicht lustig, aber... Ich gebe mein Bestes hier, das. Wird doch einfach mal fertig, ey. Das gibt es doch gar nicht. Außer bei Roller. Aber Roller ist irgendwie auch noch so ein Kackladen. Genauso wie Pogo. Ich war einmal da. Ich war so, ich war so confused wegen diesem scheiß Lager. Dass da ein externes Lager ist, wo du dir das dann abholen kannst. Musst du erstmal in diesem scheiß Lager stehen, bis der irgendwie überhaupt an die Anisatheke kam. Das ver... ey, ich war so verwirrt. Meine Produkte sind auch noch nicht mal so gut. Printful Liars. Ich kann mal irgendeine schnelle Drucker-Warteschleife erfinden. Aber bitte nicht HP. Sonst nimmt er die Patronen auch noch 50.000 Euro. Printmenus. Ja. Guess what? Ich habe da sonst nichts anderes zu tun. Chat, wie geht es euch eigentlich so an diesem fantastischen Tag? Motion. Motion ist chillig. Erstmal noch schön. So vollgeschissen und Toiletten sauber machen. Von meinem Computer aus. Ich liebe die Zukunft. Ich stehe mir vor, dann... Das ist Animal Stronics. Stehen dann einfach so. Wir gehen von der Stage runter. In die Toiletten. Einfach die Toilette sauber. Das ist einfach so, es macht einfach alles keinen Sinn. FNAF ist komisch. FNAF ist weird. FNAF ist alles außerlogisch. FNAF. Ich höre irgendwie die ganze Zeit was hier. Ich glaube, das kommt nicht aus dieser Wohnung, sondern von einer Umwohnung drunter. Ansonsten ist ein Einbrecher im Haus. Naja, ich meine, ich wäre auch komisch. So, lock auf und wir sind fertig. Ich kann das einfach nicht. So, wen haben wir heute hier? Hallo. Good morning. Hey. Läuft dir, die muss ich noch weiter erzählen. Die verkaufen dich für 5 Dollar. 5 Dollar. 5 Dollar. Digga, was ist aus dir geworden? Guck dich an. Guck dich an. Du bist schlecht. Du bist scheiße. Du bist dumm. Du bist bescheuert. Du bist scheiße. Guck mal. Hier, ich würde dich 5.000 Euro kriegen. Ich hätte dich für 5 Dollar kaufen können. So, oder was? Zurück gehen deine Scheiß-Ali zurück. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe schon wieder vergessen, Scheiß-Audio zu anmuten. Ich könnte kotzen. Scheiße, das hat die Story nicht mehr aufgenommen, die mir scheißes Candy-Diggetyp da erzählt hat. Hey, nicht aufregen. Ich habe ansonsten bald schon wieder keinen Bock mehr. Ich bin Candy-Cadet. Komm, geh' deinen Candy hier. Ich habe Candy all day. Every day. Candy. 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 Candy ist in der City nicht mehr auf. Return to Candy-Cadet again. And maybe I will tell you a story. Wie oft muss ich denn hier in Return? Aber das Dumme ist jetzt, ich habe jetzt einen Video verloren wegen dieser Scheiße, dass ich einfach irgendwas vergessen habe anzumachen. I am Candy-Cadet. Aber mir schreibt ja auch keiner in den Chat, ne? I have Candy all day. Every day. Na ja, egal. Candy. Candy. Muss man mit klarkommen. Da ist das so. Return to Candy-Cadet again. And maybe I will tell you a story. I am Candy-Cadet. Come get your Candy here. I have Candy all day. Every day. Candy. 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 Candy spot in your mouth. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Spiele ich das hier gleich einfach in drei Folgen durch. Ich bin Candy Cadet. Komm, geh dein Candy hier. Ich habe Candy all day, jeden Tag. Candy. 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 Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Ah ja Leute. Ich bin Candy Cadet. Komm, geh dein Candy hier. Ich habe Candy all day, jeden Tag. Candy. 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 Ich bin Candy Cadet wieder. Und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. Hm. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Ich bin Candy Cadet. Komm, geh dein Candy hier. Ich habe Candy all day, jeden Tag. Candy. 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 Zack. Oh. Tschüssche. Ich habe kein творчесches. Ich rückge Ziggy. Ich brachte, dich alles, dass etwasileri you Quillen in den ک Евproening in den nir 욕 wants. Ich möchte etwas ownersstric Grasına schreiben. Aber. Und Masked so. Wir wollen auch offen sein. Ich rufe gerade dann. Meine Zuschauerschaft ist wieder da. Sorry, ich esse gerade. Naja. Um das mal kurz zu erläutern, was ich hier gerade versuche zu machen. Ich versuche Geld zu verdienen, indem ich hier dem eine Story entlocke. Vielleicht kriege ich es ja hin. Komm, erzähl mir eine Story. Weil beim letzten Mal, wo du deine Story erzählt hast, ich habe einfach vergessen, mein Scheiß-Audio zu ammuten. Ja, das passiert nun mal, aber mir schreibt ja auch keiner in den Chat. Naja, was willst du machen? Ja, ich würde ganz gerne auch Candy All Day haben, aber nee, das ist vielleicht nicht möglich. Ansonsten kann ich bald einen Berg runterrollen. 1500. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Meiner Güte. Los, nächsten, nächsten, nächsten. Wir wollen endlich die Nacht. Aber wir brauchen auch Geld, das ist ja die Sache. Weil das ein bisschen wichtig ist. Komm, geh deinen Candy hier. Ich habe Candy all day, every day. Candy, 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 Candy. Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you the story. Ja. So. Jetzt ist ein bisschen awkward für die Twitch-Susage. Ich muss nämlich abmoderation machen. Tschüss. Tschüss, Herr Router 2 Kanal, ihr Idioten. Tschüss, Herr Router 2 Kanal es hilft. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.